Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 1 und wir waren jetzt jetzt mal stehen geblieben in der Terra-Höhle und haben im letzten Part, Moment, wo ist das, äh, da unten, diesen Erdkristall bekommen und jetzt müssen wir irgendwo hin und ich weiß gerade überhaupt gar nicht wohin, wisst ihr auch warum, genau, äh, weil ich jetzt gerade, weiß ich nicht, bestimmt zwei Wochen lang nicht mehr gespielt habe und jetzt muss ich nachdenken, wo war nochmal was und wie funktioniert was? äh, ja, ich glaube, ich kann mich einfach ganz nochmal durchkloppen, ne, genau, ich, äh, ihr müsst mal gucken, wie dumm ich gerade im Lade, ach, im Titelscreen rumstand, da wusste ich nämlich gar nicht, welche Taste ich drücken muss auf den Controller, um weiterzumachen, ich drücke ganz dazu X und denke mir so, hey, wieso bricht der ganze Zeit ab, mhm, obwohl, äh, ja, ich das jetzt so eingestellt habe wie beim Gameboy selbst, ne, also, FIEG, äh, wäre dann halt die A-Taste und X dann halt die B-Taste, so wäre das halt seitlich auch angeordnet, gewesen, ähm, gut, ne, ähm, lass uns einfach mal hochgehen hier, ah, hier sind wir richtig, sehe ich das richtig, ja, ich glaube, ich sehe das richtig, ähm, gut, Moment mal, jetzt empfehle ich durch irgendeinen, ne, 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 passt schon, was mich gerade aber ein bisschen schutzig macht, dass, ähm, wir gleich fast tot sind, Moment, ah, der ist tot, okay, Moment, also, da können wir was gegen machen, glaub ich, äh, nein, können wir nicht, haben wir vielleicht einen Phönix wieder dabei, Phönix wieder auf dem Marcel, ähm, ach, verdammt, wir machen nicht einfach Folger, aha, okay, du lebst noch, okay, dann lass uns hier einfach mal, ah, doch, ich hab hier Wohlengel, ah, oh, geil, so, geil, wir machen jetzt einfach mal hier Folger auf alle, so, gut, so funktioniert das jetzt ziemlich gut und alles ist easy und sehr cheesy und whatever, Moment, ich glaube, wir voll falsch wetten, was ist das denn hier, was ist denn das hier, ist hier ein Troll, die trollen mich, was gibt's denn hier, ein Zelt, okay, noch was tolles, aha, ein bisschen Gild und ein Kampf, ah, ja, okay, ich glaube, die sind böse, ganz böse, alle, allesamt, ähm, dann denke ich mal, wir, äh, setzen hier ein bisschen Magie ein, ne, okay, die waren voll lieb, muss man ehrlich sagen, so, wir haben einen Vitrielschild bekommen, ah, geil, hm, also, ich sehe es mal einfach mal so, die können gar nichts, super, 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 was denn, was gibt's denn, ach, verdammt, ich wollte eigentlich nicht mehr Autos angreifen, ich wollte an die Folge machen, aber nein, das wollte ich nicht, geil, wow, eine können wir eben, hauli, mauli, hauli, mauli, ha, wo ist hier der Ausgang, verdammt nochmal, Kokatrizen, Kokatrizen, hallo, meine Kokatrizen, ah ja, Kokatrizen könnten ja versteinern, das kenne ich ja sogar noch aus Final Fantasy 8, so, äh, Moment, äh, was, haben wir dagegen Medica oder sowas noch, ne, ne, scheiße, egal, wir haben dazu aber eine Goldnadel, äh, Sekunde mal eben, ich muss jetzt wirklich erstmal ernsthaft drüber nachdenken, wie man hier rauskommt, oder ich mach das Offscreen, na, wie wär das, ist das hier ein tolles Angebot, ne, ne, warte mal, irgendwer hab das Gefühl, hier ist der richtige Ausgang, vielleicht, ne, Moment, irgendwas ist hier falsch, irgendwas ist hier ganz, ganz krass falsch, was, ich hab keine MP mehr, oh, das find ich aber nicht so gut, also mit nicht so gut ist man natürlich sehr schlecht, ah, wir haben eine Dings bekommen, fuck, fuck, okay, wir müssen eindeutig bauen das lang, ich werd schon noch rausfinden, wie es hier rausgeht, ich werd schon noch rausfinden, wie es hier rausgeht, uh, ich werd schon noch rausfinden, wie es rausgeht, Gegner, ihr sollt mich jetzt nicht hier, ähm, keine Ahnung was, stören, boah, das war richtig schlagkräftig, sowas muss ich öfter raushauen, so ein Machtwort, hm, scheiße, ey, das ist echt blöd, ne, wenn man in so eine Höhle reingeht, bis ins Arsch der Welt und dann einfach mal zwei Wochen lang nicht zockt, das ist total schlecht, ähm, Moment, äh, haben wir irgendwo, ach, erst mal ordnen hier, Zelte, 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 kann ich hier Zelten nenne, Busekuchen, ähm, bin ich blöd oder gibt's hier kein Äther? Hier gibt's echt kein Äther, oder? Och, man, ey, ihr kleinen hässlichen Teile, ihr könnt doch nix, was wollt ihr überhaupt? Moment, ah, ah, ich glaube, ich finde gleich den richtigen Weg, ich hab's gleich, Leute, ich hab's gleich, ich hab's gleich, was, what the hell, Alter, wie viele gehen denn das denn? Okay, wir hatten schon mal mehr, aber, dennoch, das ist so eine Bante, Bante-Truppe, genau, bunte Truppe und wir haben Hulk grad wieder kaputt gemacht, yay, Hulk, du kannst noch nix, ja, der ist ja weg, ach, komm schon Ich mach hier gleich Massendialogs und ohne alles, wenn die hier weiter mal so machen, ne? So, jetzt bin ich echt erstmal wirklich dafür, dass ich Magie und, äh, Heil ranmache Puff So, gefällt mir das schon tausendmal mehr, so Jetzt hier nochmal überlegen, wie kommen wir hier raus und Kampf Bis gut, ihr Mohn, what the hell, euch gibt's ja auch noch, aber ihr könnt schon lange nichts mehr gegen mich ausrichten Ich bin schon lange viel zu okay, wenn man das so sagen kann Ja, ich denke mal, das kann man so sagen Lalalalalalalalalalalalala, kaputt Hä, what? Da unten geht's nach oben Was natürlich heißt, dass wir oben rechts lang müssen oder sowas Ja, ich denke mal wohl Das kann nichts anderes heißen als das Ah, Kockatritzen Kockatritzen, Kockatritzen, Kockatritzen Was wird euch für nicht hin? Ach, geil Ih, ja, damit meint er wahrscheinlich, er findet mich geil Ach, kommt schon Boah, der Elementare konnte jetzt gerade mal gar nichts Der war mit ein paar jetzt einfach so Komplettlich ausgelöscht Finde ich sehr gut So, hier bin ich richtig, hier bin ich richtig, hier bin ich richtig Ich kann gar nicht falsch sein Ne, es lohnt sich nicht, diesen Dialog-Zauber zu machen Ich weiß nicht Ich hab irgendwie den Drang dazu, die alle mit Autos kaputt zu machen Und solange ich ja diese geile Speed-Taste da rechts an meinen Kontrollern habe Dann ist alles gut Moment Wo hinten, was ist das? Ah, egal Scheiß drauf Äh Geht's hier nach unten? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Ja? 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 Das funktioniert Gut, wir sind hier gleich schon im zweiten Stock Und von dem zweiten Stock geht's schnell in den ersten Stock Und Da ist jemand tot Hab ich gar nicht gesehen Ähm, egal Blablabla Boff, und du hast überlebt Heiler Gut Jetzt hab ich noch ein bisschen für Fita Und dann Bin ich aber hier komplett ausgedingst Jo, hab nix mehr Geile Sache Terra-Höhle Zweiter Untergrund Untergeschoss Keine Ahnung Egal Hauptsache wir sind irgendwas unterisch Unterisch So Mit ganz viel Ö und so, ne So wie immer Äh, und Verdammt Ich hab echt überhaupt kein Blasenschimmer, wo ich hier grad lang laufe Wirklich Aber ich denk mal Es wird mich zum Sieg führen Aus die Höhle meine ich Natürlich Komm schon, du Oga Du bist geil Ach, ach, geil Ach, gib's mir Okay, das hat sich wahrscheinlich gerade so angehört, dass ich am Weiß nicht, am Pressen wäre, aber Dem ist grad nicht so Also nicht nur grad so, nein, immer so Ne, also Ne, also Sowas wie Äh Ein schöneres Wort für Kacken Fällt mir grad nicht ein Äh Nein, sowas mach ich nie im Leben Ähm, also Ich, äh Ja, behalte alles bei mir mal Bauch, weißt du Dann, äh Sehe ich aus wie so ein Dicker, heiß Luftballon Und nein Wahrscheinlich schon viel größer Äh, äh Egal Reden wir über etwas anderes Wie zum Beispiel über Final Fantasy Genau Das ist doch ein Awesome Spiel Und hier gibt's null Kämpfe Also Ganz gezählt Null Also ich bin ja nie am Kämpfen hier Also das kommt ja Total selten vor Vor und so Also Ähm Um aus der Höhle rauszukommen Müsst du ja nicht Eine Milliarde Gegner besiegen Ach du Scheiße Also dieses Spiel spielen, ja Ohne Das Spiel zu beschleunigen Oh Mann Das Ist Bestimmt richtig nervig Also so richtig, richtig Ich erweise erstmal jeden Mein Respekt, sag ich mal, ja Der das Spiel mal Äh Der das Spiel halt so gezockt hat Ganz normal Und meine ganzen Zufallskämpfen Ohne abzuhauen Der hat wirklich Mein Respekt Also das könnte ich glaube nicht Dann würde ich glaube ich ausrasten Bitte Ach komm schon Bitte Irgendwas Habe ich High Potions Vielleicht sowas Potions Ah Toll Äh Ich bin gerade irgendwie Gerade richtig im Arsch Kann das sein Ach komm Aha Okay Ich bin jetzt aber Nicht so viele Schritte gelaufen Ich möchte jetzt Entschädigung dafür Ich fülle raus aus der Öle Meine ich Lasst mich hier raus Lasst mich hier raus Lasst mich hier raus Dann kann Oh lol Muss zwei hier mit Antidote versorgen Oh Leviosan Oh geil Da oben ist Ausgang So und dann So und dann Nie wieder hier rein Nie wieder hier rein Ich schwör's euch Leute Sobald ich Wenn ich nicht muss Ja Dann gehe ich hier nie wieder rein Nie wieder Never ever Egal was es hier drin gibt Auch wenn es hier Äh Keine Ahnung was gibt Ja 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 Ich glaube wir in die falsche Richtung Richtig Ja Egal hier sind Gegner die nix Uh Das erinnert mich ja Das erinnert mich ja etwas Ich kann ja Zelt benutzen Zelt Jawohl Und wie sehe ich aus Frisch Frisch Ne Moment What the hell Ich kriege so wenig MP beim Dingsen Beim Zelten Nein Egal Whatever Wir gehen nach oben Und besiegen ganze Zombies Ganze Zombies besiegen Ah ok Toll Oh Ich glaube ich hole mir gleich einen College Block Und mal die Map mir hier auf Alter Das kann doch nicht wahr sein Ich laufe hier jedes Mal irgendwo hin Total falsch So Und wenn ich jetzt erstmal nochmal Wüsste wo ich stehen geblieben wäre So insgeheim Das würde mir noch mehr helfen Und wo bin ich stehen geblieben Hm Es ist so bleibt eine Rätsel Ein Breadsurf Also ich sehe hier links Dass da was ist Das ist eine Höhle Aber da wollten wir später hin Richtig Richtig Aber Naja Moment Also Warte mal Röde ist riesen Ah 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 Moment mal Leben Hä Wie jetzt Wie so war Der Kampf auf einmal weg Keine Ahnung Was gibt's denn hier Hä Hä Moment Verstehe ich jetzt gerade nicht Also das ist die Höhle des Riesen Ja das weiß ich Aber Hier gibt's irgendwo einen Weg Irgendwohin Noch eine Höhle Aha Was ist denn hier Höhle der Waisen What the hell Ich hab keinem lassen Schimmer Aber hey Moment Der Ort der kommt mir bekannt vor Oh hallo Opi Gesegnet seien die Kristalle Blablabla Coole Sache Also du wirst mir jetzt nicht weiterhelfen Ja und ich bin jetzt Hier wieder völlig umsonst hingelatscht So wie immer Hm Okay Gerne Immer doch Ähm Wenn der weise Opi mir jetzt nichts sagen will Was ich irgendwie völlig nachvollziehen kann Dann Gehen wir einfach wieder zurück Da hab ich ja nichts gegen Ich wollte jetzt eh erstmal in die Stadt gehen Und mir erstmal wieder ein neues Zeug kaufen Ne Denn Wir haben ja nichts Ich wollte nur nochmal eben gucken Was es hier unten gibt Vielleicht gibt's hier unten irgendwas Hallo 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 Oh was ist das denn Oh hier haben wir schon alles geplündert Ah Ich kann mich doch nicht mehr dran erinnern Tut mir leid Ähm Vielleicht ist es ein Partier Vielleicht ist es zwei Partier Vielleicht aber auch drei Aber ich glaub nicht mehr Ähm Moment Wo oben Oben links Ach komm Wow Wow Die sehen irgendwie aus wie Äh Nanaki Wie Red 13 Ne Wer den kennt Haha Der ist gut Alle nicht Die die nicht kennen Die sind total schlecht Nein Die sind Die sind Äh Die sind Noch nicht entjungfert Äh Was Keine Ahnung Äh Ihr werdet noch schon sehen Was es da mit Red 13 auf sich hat Äh Ah Das ist mein Boot Mein Boot Mein Boot Aber vielleicht muss ich ja Muss ich mit dem Boot hier weg Nein muss ich nicht Ja Erstmal die Stadt Melmond Und dann Äh Ja gute Sache Ne Was machen wir in Belmond Belmond Äh keine Ahnung In Oh das wäre immer was So also ich will mal übernachten Dankeschön Oh Wir sind ja ganz frisch Okay So Hier kann ich wahrscheinlich nicht Mehr Magie kaufen Ne Mehr kann ich nicht kaufen Ne Dadia 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 Nö Du hast ja schon alles Ähm Ähm Gut Dann gehen wir nochmal eben in den Blackmagic Shop In den Shop Und dort können wir uns irgendwas kaufen Ein Beam Ich will Beam kaufen Wieso könnte ich das denn nicht lernen Da steht doch dass er es lernen kann Hier du lernst das Achso das geht gar nicht Da steht ja Schwarzmagier Nope Ja toll Das kann er lernen Vernichtete Gegner Giftnebel Hä Ach Ich besitze das Bär Äh Ich Äh Foul Ich Nein Ich verstehe nicht Warum ich mir solche Billigzauber kaufen soll Aber egal Jetzt haben wir es halt Und vielleicht sagt ihr ja noch irgendwas spannendes Kämpfer des Lichtes Es ist euer Verdienst Dass das Grün der Erde wieder aufzuleben scheint Gut Dann fühle ich mich ja Meine Aufgabe wirklich bewandert Äh Irgendwas Cool Hier gibt es nichts Cool Danke Ich wollte schon immer mal einen Haufen Nichts haben So Dritte Rüstung Cool Kaufe ich mir jetzt einfach mal Gerüstet eins Okay Aber für den Vivi scheint es doch okay zu sein Okay dann schauen wir mal Was wir hier im Rüstungsding haben Äh Gibt es eigentlich schon irgendwas stärkeres Drachentöter Effektiv gegen Drachen Okay Was habe ich denn gerade Die Streitachs ne Was kann die denn Achso Die kann ich mir gar nicht anschauen Hm Die haben alles Die haben alle so einen schönen Effekt Sag ich mal Aber zur Zeit davon brauche ich Gar nichts Ich nehme einfach mal das Was am meisten Angriff hat Okay Schild hätten wir neues gefunden Ja vorhin Ein Mithril Schild Okay Hm Ne Hier die Ritterrüstung Die nehme ich mir gerne an Auch wenn ich nicht so gut ausweichen kann Ähm Habe ich dadurch einfach mehr Abwehr Und hier Mehr ausweichen sogar Hm Ich nehme einfach mal die Bronzenein Schuhe oder Nö Gar nichts Ähm Marcel Was Was willst du denn haben Du kannst mir was Neues aussuchen Du nimmst Den Silber am Reif Okay Holy Du nimmst Weiß ich nicht was Du hast schon Silber am Reif Der hier wollte auch Silber am Reif Oder nicht Wenn ich mich nicht täusche Wollte der auch einen haben Deswegen nochmal Reingucken Silber am Reif Wo bist du Da bist du Du bist mein Dankeschön Ähm Rüsten Rüsten Wie wie Rüsten 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 Gut Silber am Reif So Ähm Der Riese in der Höhle lebt Frisst gerne Steine Okay Hm Das kennen wir ja schon Jetzt können wir aber wieder zurück Irgendwohin Ähm Wir können zum Anfang hin Dort können wir ja auch irgendwo lang Wo auch immer wir lang können Aber wir können ja irgendwo lang Ähm Durch diese Höhle ne Da sich der Weg geöffnet hat Und irgendwo hat sich ja noch ein Weg geöffnet Nur ich erinnere mich nicht daran Wo das war Gute Sache ne So die Pirates können gar nichts Das haben wir ja jetzt nochmal gesehen Gut ne Ähm Aber wir sind schon Level 30 Das finde ich eigentlich schon voll krass ne Also schon so ein Wow Schrudel Soll ich mal reingehen Ah Das der Ort war das Ahja Fauliges Wasser tropfelt heraus Das geht ja noch nicht auf Okay I Menschen Bla 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 Okay Das haben wir ja schon gelesen Cool Also das geht Anscheinend erst auf Wenn wir den Wasserkristall haben Oder so ähnlich Ähm Aber hier habe ich gerade noch die Höhle gesehen Wahrscheinlich können wir in dieser Höhle Die ich ja gerade gesehen habe Rein Ne 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 Gott Wir sind jetzt da Und Was gibt es hier Was gibt es hier Ein Oga gibt es hier zum Beispiel Also Oga Du bist geil Oh hier ist eine Höhle Mit Wort Ach komm schon Zwergenhöhle Die gibt es ja auch noch Stimmt ja Moment Wofür war die nochmal da Ne Einfach nur um den Weg unten frei zu machen Genau Ne Moment Eine Sekunde Äh Hier gab es ja noch irgendwie so einen Schmied Der irgendwie so Ultima jetzt Irgendwas für uns macht Wenn wir irgendwas machen Ne Ich will bei Fuß Da bin ich aus legendären Blablabla Kein Schmied Ja okay Ich brauche Adamantit ne Oder so ähnlich Ja Da gucken wir einfach mal ne Vielleicht bekommen wir das ja irgendwo So Ich weiß wirklich nicht mehr wo die andere Höhle war Ich glaube sie war irgendwo Norden Oder im Süden Oder weiß ich nicht was Wir gucken einfach mal Wir sind ja nicht so faul Wir haben ja Augen Zwei gesunde sogar Zumindest ich Äh Ich hoffe ihr auch Äh So Oga 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 Sind Hau die Oga irgendwie von alleine ab Kommt mir irgendwie so langsam so vor Hm Also ich glaube diese Station hier scheint ziemlich falsch zu sein Für die Leute die hier irgendwas wirklich suchen So was ist das nochmal Ist das der Anfang hier? Ist das der Anfang hier? Ist das der Anfang hier? Ja Das ist der Anfang Der Anfang 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 Hey können wir eigentlich zu dem Boss hier wieder mit ihm reden? In Gedanken ist sie stets bei euch Ich wünsche Ihr könntet länger hier verweilen Aber nein ihr müsst aufbrechen Der Glanz des Kristalls muss wieder geil werden Super Also ich bin jetzt mal einfach total dafür Dass wir hier mal an dieser Stelle eine kleine Pause machen Leute Und ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal Los sind ja Also ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja Ja Ich bin ja